Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Cannabis. Und als Gast und Experten haben wir Herrn Prof. Herdegen von der Universität Kiel Pharmakologisches Institut eingeladen. Herr Prof. Herdegen, herzlich willkommen. Guten Abend. Was ist Cannabis? Cannabis ist eine Pflanze erst einmal und im herkömmlichen Sinne bezeichnet, meinen wir gewisse Inhaltsstoffe, die in unserem Körper erwünschte therapeutische Effekte machen. Aber wenn man sie missbraucht, dann auch Schaden zuführen können. Was sind das für Effekte? Die Effekte des Cannabis bedienen unser körpereigenes endogenes Cannabinoid-System. Wir haben nämlich ein System mit Bindungsstellen für THC, das wir auch überwiegend therapeutisch einsetzen. Und dieses THC geht an Bindungsstellen in unserem Körper und macht dort seine Wirkungen wie Lösung von Angst, Stimulation von Appetit, eine gewisse Beruhigung und hilft uns auch bei der Vorbereitung vor Neuem, hilft uns dabei, dass wir keine Angst haben vor Neuem. Hat der Herr Gott dann vorgesehen, dass wir irgendwann Cannabis brauchen? Warum haben wir denn diese Rezeptoren? Das Cannabis-System ist uralt, das finden wir schon bei Fischen, genauso in einer ähnlichen Ausprägung. Und man geht tatsächlich davon aus, dass das Cannabis-System zum einen vielleicht noch älter ist wie das Opioid-System und uns wirklich hilft, bei der Evolution mit dem Neuen besser zurechtzukommen. Also alles Formen einer gewissen endogenen Schmerztherapie? Das spielt eine große Rolle, die endogene Schmerztherapie. Aber hier sehen wir im Vergleich zu anderen endogenen Systemen, dass es nicht so sehr die Hemmung des Schmerzes ist, sondern die Begleitumstände, Angst, Schlaflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Appetitlosigkeit, die häufig den chronischen, den schlechten, den sogenannten neuropathischen Schmerz begleiten. Und das ist eine der großen Hauptstärken des Cannabis, hier mit vielfältigen Angriffspunkten auf diese komplexen Syndrome des chronischen Schmerzes einzugreifen. Das heißt, wir haben im Körper ein System, das immer vorhanden ist, das Schmerz selbst beseitigt. Wir können ja Schmerz empfinden als besonders stark, aber auch unterdrücken. Und Cannabis verstärkt dann von außen diese Wirkung. Das heißt, das wäre dann die medikamentöse Wirkung, die man sehen könnte. Genauso ist es. Der Hauptstoff, das THC, geht exakt an diese körpereigenen Cannabiskontrollstellen und macht genau das verstärkt, das körpereigene Cannabissystem. Und die Stärke liegt dann darin, bei Patienten, die vielleicht ein herunterreguliertes Cannabissystem haben, im Sinne einer physiologisch-therapeutischen Substitution, das wieder aufzufüllen und das wieder zur eigenen Stärke. Dass der Patient wieder zur eigenen Stärke kommt, betone noch einmal, nicht nur die Schmerzen, sondern das Umfeld der Schmerzen, das, was die Psyche belastet und den chronischen Schmerz so böse macht. Aha. Profitiert jeder Schmerzpatient davon? Nein. Das ist im Moment noch die große Aufgabe herauszufinden, wer profitiert. Wir wissen aber aus den Begleiterhebungen und aus jetzt Studien, aus retrospektiven Studien, dass ziemlich viele der chronischen Schmerzpatienten davon profitieren, sodass es gerechtfertigt ist, dass Cannabis, das sogenannte medizinische Cannabis, vielfältig und häufiger, als es bisher der Fall ist, bei chronischen Schmerzpatienten einzusetzen. Cannabis ist seit 2017 ja als Medikament zugelassen. Welchen Patienten kann man es denn verschreiben? Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Cannabis wird grundsätzlich in der jetzigen Form auf Betäubungsmittelrezept verordnet. Wir haben zugelassene Indikationen, das sind wenige, wie schmerzhafte Spastik bei der MS. Wir haben es bei Erbrechen im Rahmen von Tumorerkrankungen oder die Kachexie im Rahmen von HIV. Alles, was darüber hinausgeht, erfordert die Zustimmung der Krankenkassen, die in einem speziellen Gremium darüber entscheiden, ob es erstattet wird oder nicht. Und das ist eine große Hürde. Das macht den Ärzten viel Probleme. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Drittel flächendeckend in Deutschland abhängig vom Bundesland und von den Kassen es zu einer Ablehnung kommt und dann der Patient entweder auf Privatrezept es selber bezahlen muss oder er kann eben die Cannabis-Therapie nicht bekommen. Vielen Dank, Herr Professor Herdegen. Das war hochinteressant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben noch einen zweiten Beitrag, in dem wir dann noch Details bearbeiten werden. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bis bald.